Diese Träume, ich wache mitten in der Nacht auf, allein, aber ich bin davon überzeugt, dass irgendwas im Zimmer ist und mich beobachtet, mich anstarrt. Hast du deine Tablette? Ja, danke. Alles klar. Dann ist viel los. Nein! Dann kommt Dad nach Hause. Alter. Das wird schon wieder. Hast du gehört? Los, los. Ich bin schmerzt. Los, los. Los! 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 Das ist doch mein Haus, okay? Alle raus hier! Raus aus meinem Haus, verdammt doch mal! Untertitelung des ZDF, 2020